1 Vielleicht kennt ihr das auch. Jetzt nach zweieinhalb Wochen werden die Vorsätze immer schwieriger. Mit dem Fasten tun wir uns schon schwer. Aber ich möchte euch dazu einen Tipp geben. Mir hilft immer, wenn ich einen Fasttag vor mir habe und dann in der Mitte des Tages denke ich mir, na jetzt wäre es gut, ein Stück Schokolade zu essen oder sonst etwas, mich daran zu erinnern, warum faste ich, welches Anliegen habe ich. Und in der Fastenzeit ist es ein besonderes Anliegen, dass wir unsere Beziehung zu dem Herrn wieder stärken, dass wir unseren Blick neu auf Christus richten und indem wir auf etwas verzichten, auch innerlich leer werden, damit er uns als Auferstandener begegnen kann, damit wir wieder neue Sehnsucht nach ihm bekommen. Deshalb nicht verzagen, sondern daran erinnern, warum faste ich überhaupt.